Legen wir los. Verstanden? Habe ich's verpasst? Ich habe vor einer Weile gelernt, dass das Schwierigste an diesem Spiel ist, herauszufinden, wer wirklich der Feind ist. Seien Sie auf alles vorbereitet. Das UN-Schiff hat auf uns geschossen. Raketen-Teuer! Wir haben der Erde soeben den Krieg erklärt. Sie haben mir ein Wattensystem versprochen, das will ich jetzt haben. Es werden Tausende töten. Und es wird alles und jeden mit dem Protomolekül infizieren. Je länger das hier dauert, desto mehr Bomben werden fallen. Ein Kind braucht wenigstens einen Menschen, der es nie aufgeben würde, wenn er was wolle. Der Plan ist, dass ihr abhaut, wenn ihr eins dieser Dinger da unten seht. Ich kenne den Plan. Du kannst dir nicht trauen. Ach, aber dir schon, ja? Wir stehen am Beginn einer neuen Erde. Darum bitte ich Sie, von der Erde, dem Mars und im Gürtel, entscheiden wir uns für den Frieden. Alle zusammen. Harald. Darum bitte ich Sie, von der Erde. Wie ist meine Kollegen? Ich hab mich von der Erde. 缴Any